Leute heute, Nina Ruge, alles wird gut, wer weiß. Da bekommt man einen Anruf, Vater entnervt, Sohn entnervt, Mutter entnervt. Und dann soll man wegschauen, weghören und nicht zur Seite stehen, damit Kinder heranreifen? Entnervung ist Körperverletzung. Und wenn ein Abiturient und ein Topmanager der mittelfränkischen Wirtschaft nicht weiter weiß, dann heißt es schon etwas, wenn man galakom.tv anruft, ich weiß nicht mehr weiter, das ist ein Skandal, was kann ich tun? Ja, suchen wir einen Huhn, das habe ich dann auch getan. Und plötzlich kam wieder ein Anruf, Winn, wir brauchen Hilfe. So, was kommt zuerst? Der Krebspatient oder die Meldebestätigung? Natürlich die Meldebestätigung. Nein, der Krebspatient. Wachen Sie endlich auf, das ist ein Hammer. Unter dem Motto, das ist mein Anrufton auf dem anderen Handy, welchen das? Unter dem Motto, das passt jetzt ganz gut, einen Moment. Ich bin gleich für Sie da, ich bin noch am Apparat, beim Aufsagen, danke. Aufgrund Versagen der Stadt Nürnberg. Danke, bis gleich. So, folgendes. Das darf nicht sein. Schauen Sie niemals weg. Halten Sie die Ohren, Augen offen für Ihren Nächsten, Ihre Liebsten. Denn ein jeder kann der Nächste sein. galakom.tv ist dafür bekannt, Zeichen zu setzen. In diesem Sinn, ich muss mich kurz fassen, weil ich nicht weiß, was das andere Anliegen bedeutet. Ciao.